Sie sind genauso gespannt auf diese Partie wie ich. Wir müssen uns nur noch kurz gedulden. 15 Minuten der ersten Halbzeit sind vorbei. Vielleicht sollte einer mal... Das konnte nichts werden. Ein Foul war es überhaupt keine Diskussion. Eine weitere Möglichkeit aus einer Standardsituation heraus. Vorführeter! Er steckt ihn durch. Und bitte! Und er macht sich den Weg frei. Er kommt weit nach vorn. Das kostet Kraft. Das ist die Chance! Jetzt ist er drin! Versucht die Gasse zu finden. Und der Abschluss. Wie sich immer wieder... Es sieht gut aus. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Er trifft! Sie wollten die Aufholjagd starten. Sie haben einen ersten wichtigen Schritt getan. Schöner, kleiner, feiner Doppelbass. Ein schön herausgespielter Treffer. Und mit einer Zwei-Tore-Führung geht es nun weiter. Sie führen... Da geht er durch. Da geht er durch. Da ist die Möglichkeit. Wie der sich hochschraubt. Und der kommt durch. Da braucht man gute Nerven. Und ein Schuss! Der Schusspfiff geht im Jubel der Zuschauer hier fast unter. Sie haben knapp gewonnen. Und das, weil sie wirklich vor allem durch die Mitte brillant gespielt haben. Und das war's für heute. Hansi Küpper und Marco Hagermann wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie's gut und bis bald. Machen Sie's gut und bis bald. TASCH Machen Sie cards allowing es zu haben und mit ihr upgradeiert damals. Untertitelung des ZDF, 2020